den ich nicht für sowas benutzen kann ja natürlich der griff ist glühend heiß block a ging in flammen auf jessicas jessicas jessica wird vermisst vermutlich tot alle unsere patienten außer dahlia wurden in andere krankenhäuser verlegt und charles laudius besteht auf alles wie gewohnt wir haben nur drei patienten die soweit ich weiß laudius entführt haben könnte könnten meine experimente sind noch lange nicht abgeschlossen und der großmeister sagt dass alles so ist wie es sein sollte und es gibt eine party vielleicht hat charles laudius genau das bekommen was er wollte einen abgelegenen ort wofür um drei patienten zu foltern eine gruselige statue zu installieren dann ermordete jack jeden ohne erklärung ich habe charles nicht unter den opfern gesehen hat er auch das massaker geplant wie und warum etwas zerstören dass er mit großer mir geschaffen hat irgendwas habe ich nicht gelesen gehabt das hier die notiz die sie sich dazu geschrieben hatte zu unserem igor kalt ich habe lust zu schreien nein sei so ruhig wie möglich ist das der mann den ich unten gesehen habe das kann nicht sein er ist totzeit warte eine sekunde wie kann das sein die polizei war hier warum sollten sie einfach die leiche zurücklassen dieser mann folterte patienten erschreckte dahlia ich habe nicht gesehen dass sie vorher grausam war war das persönlich also jetzt mal ganz ehrlich mädchen ja jetzt wollen wir hier mal real to rock na ja du hast den herrn kalt gesehen herrn doktor kalt gesehen der hat sich in den zombie verwandelt und da willst du mir hier weismachen dass du dich wunderst dass der mann tot ist also die dialoge hier in diesem diesem spiel machen mich fast genauso wahnsinnig wie einige dieser rätsel weil das blödsinn ist was sie da mir schreibt ich möchte nur mal erwähnen wir haben eindeutig gesehen wie der typ zu einem zombie wurde also zombie in anführungsstrichen ist nicht wirklich ein zombie aber ich kriege das damit nicht auf nein nein wir haben feuer eisen kriege ich damit vielleicht die tür auf nein wofür brauche ich denn ein feuer eisen himmelsbrücke zu block b äh ah entschuldigung was sagte meine karte sie sagt immer noch dass ich hier was tun kann ich weiß auch immer noch nicht was ja ich meine das hier haben wir aber ich habe nichts dafür kann ich hat er keinen diskettenlaufwerk nein ich bin irgendwo noch anders wo ich hin kann ich kann da jetzt noch was machen da ist blut drauf ich denke ich werde sterben ich bin ich bin ich bin ich bin nicht mehr wer ich das für ich bin ich bin ich bin sehr sorry dad ich hoffe du nie kommst hier nie findest du Ich... Ich will einfach nicht... Ich will nicht alleine sterben. Nicht so... Nicht so... Gut, ich habe viel Blut verloren, haben sie einfach mal ausgelassen. Oder hat er nie gesagt und ich habe es einfach dahingeschrieben. Das Band war vorher nicht hier. Hat es gerade erst jemand hier hergelegt? Da ist Blut auf dem Band. Ist es der Journalist und er lebt hier noch und ist hier irgendwo? Warum spricht er nicht mit mir? Weil er vielleicht nicht weiß, dass du da bist, Mädchen. Oder hat jemand anderes dieses Band hier hergelegt? Warum? Na, das Blut war ja vorher auch nicht auf dem Ding hier drauf. Ohne die Batterien ist es nasslos. Ich darf es wieder... Das blutverschmierte Ding darf ich mitnehmen. Yay. Freude, schöner Wetterfunker. Tochter aus Elysium. Da ist noch... Das... Hm. Oder kann ich hier hin mit dem Ding? Nein. Warum soll ich denn mit dem Nachtsichtgerät das denn besser sehen können? Verstehe ich auch nicht. Manchmal mache ich aber auch dämliche Sachen. Und ich habe wieder das hier. Ich verstehe es nicht. Ich kann doch nicht einfach stumpf alle Dinger durchgehen. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel, aber... Das kann doch nicht das Lösungsrätsel sein. Es muss doch... Es muss doch... Irgendwas geben. Irgendeinen Hinweis. giving mir das dir so viel Wie drastisch unterschiedlich diese Cover aussehen für die Bücher. Gehe ich jetzt halt einfach alles stumpf durch. Ich zumindest weiß halt nicht, wonach ich suche. Das ist das Problem. Also ich gehe mal davon aus, nach diesem einen Buch da aber... Ach nein, das wollte ich nicht. Das hatten wir ja schon mal. War ich nicht hier? Ja. Ich muss wiederholen sich ein paar Sachen, es tut mir leid. Man kann nicht mehr auf Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass ich nichts habe. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mich nicht vorstellen, dass ich mich nicht vorstellen. Ich meine dasselbe. Es scheint nur, ich fühle zwei Kameras zu geben. Ich glaube, das hatte ich schon. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mich nicht vorstellen, dass ich mich nicht vorstellen, dass ich mich nicht vorstellen. Es sind immer grün. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mich nicht vorstellen kann. Vielleicht macht es mehr Sinn, die Bände innerhalb einer Zahl durchzugehen. Wieso ändere ich das jetzt schon wieder? Ich bin furchtbar genervt. Was ist das jetzt beim Ziehen? Unglaublich nice, holt das nochmal. Was ist das? 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 Das war's. Vor allem jedes Mal diese Animation. Okay, meine Idee war jetzt gerade... Lass mich mal gucken. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf... Dann wären wir hier sechs, sieben, acht. Aber ich kann kein Band sechs suchen. Da fehlt auch noch was hier zwischendran. Ich habe echt keinen Bock mehr gehabt. Botanik? Was ist denn mit dem Botanik-Buch? Wo soll ich wissen, dass ich das suchen soll? Das stehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Was soll ich hier noch machen? Ja, das ist da auch... Ja, das ist da auch... ... Ach so. Okay. Grün. Ist das grün? Segelt Nordwesten, blau segelt Nordosten. Ach, schwer zu sagen. Oh Gott. So, jetzt darf ich das Rätsel hier machen. Oh Gott. Rote segelt. Rote segelt Westen. Weiß segelt Nord oder Nordwest. Wenn grün Nordwest segelt, würde ich doch eher sagen, dass weiß nicht auch Nordwest segelt, oder? Ja. Bezieht das dann Norden? Wenn da ist Norden, da ist Süden. Das heißt, hier ist Westen und da ist Osten. ... Nein, das wollte ich gar nicht. Moment. Okay. Okay. So, grün Nordwesten. Das wäre... Okay. Das wäre dann das. Und blau nach Nordosten. Oder auch nicht. Warte mal. Na, ich kann es mir nicht mehr angucken. Ich verstehe. Rot segelt West, weiß segelt nach Nord, oder ist es Nordwesten? Grün, ist das Grün segelt nach Westen? Lause segelt Nordwesten? Ja. 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 Amen. Ich hätte keinen Denkfehler. Hier ist Norden. Hier ist Süden. Links ist Westen, hier ist Norden. Da steht das hier falsch. Ach, da steht falsch rum. Entschuldigung, das war so schwer zu sehen. Ähm. Was habe ich das denn gebraucht? Oh, ich hab ein Fire Emblem gebraucht. Oh Gott. 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 Okay. Ja, hierfür. Ich wäre echt aufgeschmissen ohne die Karte. So könnte man natürlich auch Spielzeit strecken. Das wäre jetzt kein Thema, sage ich mal. Und die Leute drei Stunden suchen müssen, wo sie denn irgendwelche Sachen einsetzen müssen. Vielen Dank.